Musik Herzlich Willkommen im Smart Center Dortmund. Mein Name ist Klaus Nagel und ich bin hier als Centerleiter tätig. Wir vertreiben nun den Stadtblitzer Smart seit Januar 2006 erfolgreich am Standort Dortmund auf dem Gelände der Mercedes-Benz Niederlassung. Wir bieten unseren Kunden alles rund um Smart an. Das heißt, neben Verkauf von Neu-, Vorführ- und auch Gebrauchtfahrzeugen bieten wir einen Servicebetrieb und weiterhin viele Zubehörartikel aus dem Smart-Programm. Musik In Zukunft wird Elektromobilität ein großes Thema werden. Hier bieten wir unseren Kunden im kommenden Jahr den Smart Arts Elektro-Version an. Der Smart Electric Drive wird mit einer Lithium-Ionen-Batterie ausgestattet sein, erreicht eine Reichweite von 140 Kilometern und eine Höchstgeschwindigkeit von 120 kmh. Musik Mittelfristig wird das Smart Sortiment noch um einen Viersitzer ergänzt werden. Musik Ich würde mich freuen, Sie mal in unserem Center begrüßen zu dürfen, um Ihnen unseren Smart näher zu bringen. Musik 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 Vielen Dank.